Manchmal finde ich, hat so eine Solo-Mission schon was Besonderes. Allein im Wald, kann sich voll und ganz auf den Boulder fokussieren, nimmt auch ein bisschen mehr von der Natur wahr, gerade jetzt wo ich beim Tonfahrer war und die ganze Zeit so Koppelschauer hatte, war schon ganz cool, einfach allein abgeschieden, okay abgeschieden ist relativ, wenn die Bundesstraße nur 15 Meter weit weg ist, das war schon irgendwie eine coole Atmosphäre und die hat man halt eben nur, wenn man alleine loszieht. Ich bin kein Tier, ich bin kein Tier. Ich bin kein Tier, ich bin kein Tier. Huuu... 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 Huuu...